Ganz herzlich willkommen alle, die heute am Sonntagnachmittag zur BIMUG Live-Session dabei sind. Ich freue mich ganz sehr, dass Tino, René und Christiane sich hier dazu verständigt haben, zusammen so einen tollen Vortrag vorzubereiten. Mich interessiert natürlich auch extrem stark dieses Thema, wie denn Bienenhaltung in Nicaragua mit der afrikanisierten Honigbiene funktioniert. Und denke mal, alles andere kann es Christiane selber am besten vorstellen und so kurz vorstellen, was sie selber gemacht hat vorher und wieso sie jetzt dort Bienen hält seit so vielen Jahren. Also herzlich willkommen und ich würde dir jetzt einen Bildschirm übergeben. Ich sage hier erstmal guten Morgen, weil wir haben hier jetzt 9 Uhr morgens in Nicaragua. Wir haben 26 Grad, das ist also noch kühl. Das geht dann noch über die 30 hoch. Wir sind jetzt gerade am Ende der Trockenzeit. Bald fangen die großen Regenfälle an. Also im Rest des Landes ist es schon soweit. Hier an der Pazifikküste ist es immer ein bisschen hinterher. Aber dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, das ist so wie in einer Sauna sitzen. Also den ganzen Tag eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Also ich wollte mich nur noch bedanken bei euch, dass ihr mich eingeladen habt, unsere Erfahrungen hier mit den Bienen zu teilen. Und ich hoffe, ihr könnt die Präsentation genießen und ihr könnt ruhig alle Fragen stellen, die ihr wollt. Ja, also der Titel der heutigen Präsentation ist Bienenhaltung in Nicaragua und die Arbeit mit afrikanisierten Honigbienen. Da gibt es ja also wirklich eine Reihe von Mythen. Manches stimmt, manches nicht. Ich hoffe, ich kann euch heute Informationen geben, damit ihr ein bisschen mehr Einblick in eine Imkerei in den Tropen habt. Ich würde gerne erst mal ganz kurz zu Nicaragua sagen, dass es ein zentralamerikanisches Land ist. Also wie ihr hier sehen könnt, das ist das größte zentralamerikanische Land. Und es wird auch das Land der Vulkane und Seen genannt, wie ihr hier in dem Foto sehen könnt. Das ist also die Insel Omechepe. Und das ist ein aktiver Vulkan. Also wir haben hier eine ganze Reihe aktiver Vulkane, die ab und zu mal rauchen, ab und zu mal schrucken. Ja, man lebt hier mit ganz anderen Naturbedingungen und das lässt sich auch im alltäglichen Leben merken. Ich habe hier nochmal angegeben, dass wir hier 13 Grad nördlicher Breite und 85 Grad westlicher Länge sind. Das ist also eine tropische Region. Und insofern haben wir hier natürlich auch anderes Klima. In Nicaragua haben wir eigentlich nur zwei Jahreszeiten. Es ist immer heiß und einmal ist es mit und einmal ist es ohne Regen. In der Karte 2 könnt ihr sehen, also das ist hier die Pazifikküste und das ist die Atlantikküste. Das sind die Mittelwerte der Temperaturen. Da sieht man, also ich weiß gar nicht, warum die da so das blaue Kühle gemacht haben. Das sind so 23 Grad. Also kühl ist es hier eigentlich selten, obwohl es gibt in einigen Regionen das Hochland im Norden. Also wenn wir da aber von Hochland reden, der höchste Berg ist über 2000 Meter, aber die meisten, die gehen also höchstens bis 1000 Meter. Ja, und hier sieht man also die Temperaturen. Das sind Durchschnittswerte. Die meisten sind über 26 Grad im Jahr. Und auf der Karte 3, das ist auch noch sehr wichtig, das ist also eine Karte, die den Niederschlag beschreibt. Und da seht ihr zum Beispiel an der Atlantikküste ist ein extrem hoher Niederschlag. Und deswegen, also da gibt es also auch die 11 Monate, gibt es da Regen. Deswegen gibt es also auch in der Region kaum Inkarei, weil es einfach viel zu feucht ist. Hier seht ihr dieses Dunkelgrüne. Das ist die sogenannte tropische Trockenschone, der tropische Trockenkorridor. Und hier haben wir mittlerweile einfach auch Probleme wegen dem Klimawandel, weil es tatsächlich immer trockener wird und einige Pflanzen mittlerweile verschwinden. Jetzt habt ihr hier mal einen Einblick in, wie die Bienenstände und die Bienenstöcke in Nicaragua aussehen. Also was ihr hier auf jeden Fall schon mal ganz klar seht, also ganz anders wie in der europäischen Bienenhaltung ist es unglaublich wichtig, einen gewissen Abstand zwischen den Bienenstöcken zu haben. Das seht ihr hier überall. Also man kann auf keinen Fall einen gleichen Unterstand benutzen, so wie das halt oft gemacht wird, damit das alles ein bisschen geordneter aussieht. Weil wenn man hier mit einem Bienenstock arbeitet und die Bienen anfangen, sich aufzuregen, dann greift es sofort auf den nächsten Bienenstock über und dann hast du null Komma nix. Also ein ganzes Chaos. Also meistens gibt es hier die Bienenstände mit bis zu 20 Bienenstöcken. Also mehr ist eigentlich nicht ratsam. Und wie ihr hier seht, also das sind die Imker. Die haben also meistens also komplette Schutzkleidung an. Es gibt aber auch wie hier, hier könnt ihr sehen, die arbeiten also auch ohne Handschuhe und der hat also auch nur eine Jeans an. Das sind also Imker, die also jetzt langjährige Erfahrung haben, die ihre Stöcke kennen und die wahrscheinlich auch relativ immun sind gegen die Stiche schon. Also es ist durchaus möglich, auch anders zu arbeiten. Das ist hier ein Bild, wo ihr seht, also das ist also bei einer Erntezeit, also dieser Bienenstock, der ist voll Honig. Da sieht man, ein großes Bienenvolk in diesem Stock ist. Und ihr könnt auch sehen, also da sitzen die Bienen also auch auf dem Körper drauf. Also hier muss man schon ganz gute Nerven haben, weil das ist also ein ziemliches Spektakel immer. Und hier bei der, ihr könnt ihr auch sehen, bei der Ernte ist es so, das wird also meistens direkt vor Ort gemacht. Hier seht ihr, das ist also im Bienenstand. Das ist so eine Schleuder, also eine manuelle Schleuder. Und da werden dann die ersten Filtermaßnahmen über ganz normale Siebe gemacht. Das wird dann später natürlich auch nochmal, wird das nochmal weiterverarbeitet. Und dann ist noch was anderes, was ich euch zeigen wollte. Also wie ihr seht, also wir sind in einer tropischen Region. Das heißt, es ist ein unglaubliches Wachstum. Wenn man da so zum Beispiel, das wird ja immer gekürzt, also mit der Machete. Aber das kann sein, dass innerhalb von einer Woche, also vor allen Dingen, wenn es Regen ist, dass es gleich wieder hoch ist. Also die Konditionen im Bienenstand, hier sieht man auch, das sind so Wellbleche, das ist also gegen den Regen. Das ist also völlig anders wie in Europa. So, und wie ist die Imkerei in Nicaragua? Also hier haben wir jetzt mal wieder eine Karte. Das ist die Atlantikküste und die Pazifikküste. Und wir haben also eigentlich vier Regionen, wovon drei die Regionen sind, wo hauptsächlich Imkerei betrieben wird. Das ist hier am Pazifiko im Norden. Das ist in der, also man sagt hier zentrales Bergland, also Hochland kann man das eigentlich nicht nennen. Also das geht bis 400, 600 Meter. Aber es ist schon sehr bergig und auch ganz anders wie an der Pazifikküste. Die Pazifikküste ist hauptsächlich Flachland, bis auf die Vulkane. Also hier gibt es also eine ganze Vulkankette, die zieht sich also auch durch Mittelamerika oder sagen wir mal, besser gesagt, durch Zentralamerika durch. Also dann haben wir hier die Pazifikküste, das zentrale Bergland und das, was im Grün mit dem Grünkreis gezeichnet ist, das ist das Hochland im Norden. Das sind die drei Zonen, wo die meiste Imkerei betrieben wird. Wir haben auch, wenn wir Proben nehmen und Monitoring machen, dann ist auch noch die südliche Ecke von der Pazifikküste und es gibt noch ein ganz paar wenige, die also Richtung Atlantikküste gehen. Aber das ist eigentlich dieser Punkt, der ist schon viel zu weit rechts. Also der müsste eigentlich noch mehr an die Grenze von Chantalis gehen. Und dann habe ich euch hier mal zwei Tabellen gemacht, die sind halt auch interessant. Also das sind natürlich Zahlen, die durchaus auch jährlich variieren. Aber insgesamt gibt es wohl so um die 1300 Imker, wo ihr sehen könnt, also die meisten sind zwar im nördlichen Hochland, aber wie wir dann später in der Tabelle 2 sehen können, sind die im nördlichen Hochland sind fast alles sehr kleine Imker, während dann an der Pazifikküste gibt es zwar weniger, aber die haben mehr Bienenstücke. Das sieht man auch in der zweiten Spalte. Insgesamt reden wir, also, nee, das sind die Bienenstände, insgesamt reden wir von über 2000 Bienenständen mit einer ungefähren Zahl von bis zu, also zwischen 44.000 und 45.000 Bienenstücken. In der Tabelle 2, die habe ich also für euch ausarbeitet, damit ihr mal sehen könnt, wie viele Bienenvölker eigentlich einen Betrieb. Vielleicht kann man das sehen, wie man Betrieb definiert, weil die meisten Imker hier machen diese Tätigkeit als Nebenerwerbstätigkeit. Also, es gibt sehr wenige, die also wirklich davon leben. Und das sieht man natürlich auch an der Anzahl der Bienenstücke. Die meisten haben weniger oder bis zu 20 Bienenstücke. Das ist also dann meistens ein Bienenstand. Und dann kann man auch sehen, dass also im nördlichen Hochland sind es 80 Prozent der Imker, die also quasi nur einen Bienenstand haben. Und was auch sehr kennzeichnend ist, dass eben an der nördlichen Pazifikküste und im zentralen Bergland die Imker sind, die tatsächlich große Betriebe haben. Die haben auch richtige Anlagen, um den Honig da exportfertig zu machen. Und die meisten Imker, die das als Nebenerwerbstätigkeit haben, die verkaufen den Honig in Fässern. Und zwar an diese Großimker, die das dann hauptsächlich nach Europa und da geht es dann nach Deutschland und Frankreich. Das sind die Länder, die es kaufen. Und eben auch in die Vereinigten Staaten. Ja, so, dann kommen wir dann zu unseren Bienchen. Also ich mag diese afrikanisierte Biene ja sehr gerne, obwohl ich natürlich auch sehr großen Respekt habe. Also ich bin da auch schon das ein oder andere Mal gestochen worden. Aber diese afrikanisierte Biene ist natürlich sehr interessant. Das ist auch sehr spannend. Also wenn man meistens, also auch hier die Imker, die fragt, wie sieht denn die afrikanisierte Biene aus? Dann meinen sie immer, die ist groß und die ist schwarz. Und das ist dann immer, ja, meine Aufgabe zu erzählen, dass das eben nicht so ist, dass die afrikanisierte Biene eben von den Apis mellifera scutellata herkommt. Und das ist eigentlich eine kleine gelbe Biene. Ja, und wie ihr das hier sehen könnt, die sehen natürlich aus, als hätten sie keine Haare, sehen ein bisschen wespinmäßig aus. Aber das liegt daran, dass diese Bienen leider ja nicht mehr leben, sondern die haben wir als Proben entnommen. Und wenn wir die aus dem Bienenstock rausnehmen, dann kommen die direkt in ein Gefäß mit Alkohol. Und deswegen sehen die halt so ein bisschen glänzend aus. Also die haben keine Krankheit, sondern das sind halt einfache Proben. Was also interessant ist hier bei den Bienen, ist, dass die Biene Apis mellifera ist ja nicht nativ hier, sondern die ist mit den Kolonialherren, mit den Schiffen, über viele Jahre, Jahrhunderte hierher gekommen. Und das ist also die europäische Biene, die hierher gekommen ist. Und da ist es hauptsächlich, was man aus der Literatur weiß, eben Apis mellifera mellifera, Iberiensis, und auch Ligustica. Aber das kann man alles nicht mehr nachweisen. Es geht nur über die Literatur. Und hier in Nicaragua gab es also bis 1984 sehr viele Imker. Und die haben genauso gearbeitet wie ihr. Also die Biene, die war sehr freundlich. Und es gab auch kaum Unfälle. Und dann wurde eben in 1984 zum ersten Mal beobachtet, dass das Wildbien mit auffälligem Verhalten, das heißt also viel defensiver oder starkes Schwarmverhalten. Und die fingen dann seit diesem Jahr an, sich in Nicaragua einzunisten. Das hatte zur Folge, dass viele Imker aufgehört haben mit der Tätigkeit, weil das wurde sehr schwierig. Also darauf war man nicht vorbereitet. Das sind jetzt drei Jahrzehnte. Und da das Fortpflanzungsverhalten der afrikanisierten Biene eben den Unterschied hat, dass die Königin schneller schlüpft. Und da hier eigentlich eine geringe Technisierung in der Bienenzucht ist, hat die afrikanisierte Biene es geschafft, eigentlich alle europäischen Bienenvölker zu ersetzen. Sicherlich gibt es hier genetisch noch Material, aber wir haben jetzt eine Studie gemacht und die sind alle von der A-Linie. Ja, gut, das ist also eine Studie, das müsste man noch weiter ausbauen, aber das sagt schon einiges, weil das waren schon auch 110 Proben von ganz Nicaragua. Das ist eigentlich also wirklich eine Aussagekraft. Wir werden bald einen Artikel dazu veröffentlichen. Ja, und was ihr sehen könnt in diesen beiden Fotos, das Oberfoto, da sieht man, dass also eine hohe Heterogenität ist in den Bienenstöcken. Das liegt also daran, dass hier natürlich sehr viele Drohnen und auch Wilddrohnen unterwegs sind. Aber man kann eben auch Bienenstöcke wie in dem unteren Foto sehen, wo die Bienenchen alle gleich aussehen. Ja, zur Produktivität will ich euch dann sagen, es gibt hier einen Durchschnitt von 25 bis 45 Kilo Honig pro Jahr, pro Stock. Das ist relativ wenig und das liegt aber einfach auch daran, dass die Imkerei hier sich die Bienen eigentlich der Flora überlassen. Also das heißt, es wird immer gesucht, wo viel Nektarfluss ist. Da werden die Bienenchen dann hingestellt. Und ja, natürlich werden Sachen gemacht, wie zu sehen, ob man, wie sagt man eigentlich, als das sagt man auf Spanisch, diese Kästen und noch einen Kasten hinzugeben muss. Aber wie gesagt, also die Arbeit machen die Bienen. Und dann gibt es eben einige Imker, die da jetzt schon mehr Augenmerk drauflegen und eben auch, wenn sie ihre Stöcke teilen, darauf achten, von wem sie denn dann die Bienenkönigin nehmen, damit eben auch bessere Ergebnisse in der Produktion sind. Und die können bis zu 75 Kilo auch produzieren. Also das ist durchaus möglich. Aber das heißt, da muss man Arbeit reinstecken. Alle diese Bienen, also nicht alle, aber also ein Großteil dieser Bienen haben ein gut entwickeltes Pflegeverhalten und ein, das habe ich jetzt gar nicht dahingeschrieben, und ein gutes hygienisches Verhalten. Das sehen wir dann gleich noch. Das Pflegeverhalten ist, dass sie sich selber und gegenseitig putzen. Das ist halt wichtig bei der Varroa-Milbe. Und dazu gehört auch das Pflegeverhalten in den Bienenzellen. Und das Hygieneverhalten ist, zu entdecken, ob es kranke Brut gibt oder ob es kranke, erwachsene Bienen gibt. Und da wird dann eigentlich relativ kurzer, kurzen Prozess mitgemacht. Die werden dann aus dem Bienenstock rausgeschmissen. Sie haben ein hochgradiges Schwarmverhalten. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie eben die Genetik der afrikanischen Biene haben. Die müssten das haben, weil die Bedingungen in Afrika eben nicht so wie in einer Zone wie in Europa, wo ständig Flora ist, sondern da in Afrika ist es oftmals so, dass sie lange Strecken zurücklegen müssen, um eben neue Nektarquellen zu finden. Daher kommt dieses hochgradige Schwarmverhalten. Und das hat sich genetisch vererbt. Dann das andere Verhalten, was die Imkerei bedenklich macht, ist eben das Verteidigungsverhalten. Also viele sagen ja aggressive Bienen. Ich sage das ja immer nicht. Ich sage ja, das sind eben, die verteidigen sich, weil es nämlich meistens auch so ist, dass die Bienen von sich aus nicht angreifen, sondern nur, wenn man sie stört. Das geht natürlich sehr schnell, dass sie sich gestört fühlen. Deswegen empfinden die Menschen die afrikanisierte Biene. Und zum Teil auch zu Recht, weil es natürlich auch einige Todesfälle jedes Jahr gibt. Jetzt zeige ich euch die Produktion. Da habe ich hier Daten. Also wenn ich da hier unten wie IPSA, das ist also die offizielle Stelle vom Landwirtschaftsministerium. Da habe ich jetzt nur die Daten von vier Jahren. Also hier sieht man einen Einbruch. Das war wo auch der Regen. Der Regen war sehr schlecht. Das heißt also, es gab sehr wenig Blüten. Das ist ja interessant. Also es ist unglaublich. Also das geht ja da zumindest 40 Prozent runter, die Honigproduktion, wenn die Regenfälle mal schlecht ausfallen. Also das ist das, was exportiert wird, wie ich schon gesagt habe, nach Europa und in die Vereinigten Staaten. Unter anderem. Okay, dann werde ich euch hier zeigen, also das ist die Überprüfung des Hygieneverhaltens. Das ist natürlich ganz interessant. Ich weiß, ihr macht das auch zum Teil. Das ist, um einfach zu sehen, ob die Biene resistent ist zu verschiedenen Pathologien, unter anderem eben Varroa oder auch bakterielle Erkrankungen. Das machen wir hier auch. Wir haben zum Glück, das nehme ich mal kurz vorweg, relativ gesunde Bienen. Wir haben sehr wenig Krankheiten. Aber trotz alledem machen wir eben auch diese Überprüfung des Hygieneverhaltens. Und da könnt ihr sehen, in dem Bild links werden mit einer Nadel in einem Rhombus 100 gedeckelte Larven abgetötet. Und wie ihr dann seht, in dem Bild darunter, man macht einen Rhombus, wo eben 100 angestochen werden. Also da sieht man auch, dass da vier eben nicht angestochen worden sind. Und man macht einen Proberhombus, wo man aber allerdings nur den Rahmen macht. Das macht man einfach aus dem Grunde, um zu sehen, ob die Biene tatsächlich sich nur auf die getöteten Larven bezieht und die rausnimmt. Oder ob so generell, also durch die Handhabung, einfach ein anderes Verhalten ausgelöst wird. Und wenn man das so sieht, wie in dem Foto links unten, dann sieht man, dass der Test also gut verlaufen ist. Also das macht nichts, wenn da so ein oder andere eben zu ist. Das heißt, dass einfach der Stich nicht korrekt war. Und in dem Rhombus, da gibt es immer, also es gibt fast nie eine Wabe, wo durchweg, also alle Zellen verdeckelt sind. Also diese fünf Zellen, die man da sieht, die da gereinigt sind, die waren auch vorher schon so. Ja, und dann kommen wir zu der Auswertung. Das wird nach 24 Stunden ausgewertet. Und dann sehen wir hier zwei ganz große Unterschiede. Also rechts oben, da sieht man, also es sind zwar schon einige entdeckelt und einige haben auch Löcher. im Deckel, aber nur sehr wenige, sind tatsächlich leer geräumt. Das heißt, also wie der Daumen das auch zeigt, das ist kein gutes hygienisches Verhalten. Das ist ganz interessant. Man ist ja noch dabei zu forschen. Aber es gibt wohl Bienen, die können eine Pathologie entdecken. Dann gibt es Bienen, die können entdecken. Und dann gibt es Bienen, die können die tote Brut rausholen. Es gibt auch Bienen, die haben alle drei Eigenschaften. Und das ist natürlich die Biene, die ein Imker gerne hat. Dann sieht das nämlich so aus, wie in dem Foto rechts unten. Da ist dann alles blitzeblank. Und wir haben hier also teilweise auch schon erlebt, dass da bereits ein neues Ei abgelegt wurde von der Königin. Okay. Und das ist jetzt ein Video. Den haben wir gemacht, um das Verteidigungsverhalten zu bestimmen. Ja. Das ist also ein Bienenstopp. Ihr seht mal, guck mal, wie der da steht. So dürfte der da auch gar nicht stehen. Die müssten ja übereinander sein, die Kästen. Und dann, das ist ein schwarzes Wildledertuch. Da steht man dann von der Seite und fuchtelt da vor dem Eingang rum. Und dann hat der Imker hier schon Angst gekriegt und hat gleich angefangen mit dem Rauch. Aber hier könnt ihr sehen, das ist Verteidigung. Da wird also alles gegeben. Am Ende, das muss man eine Minute lang aushalten. Dann nimmt man das schwarze Wildledertuch und zählt, wie viele Stachel. Und so wie ihr das da seht, da können gar nicht alle Stacheln. Also das ist sozusagen Verteidigung. Ja, und diese massive Verteidigung oder diese ganzen Verhaltensweisen sind Charaktereigenschaften von der afrikanisierten Biene. Und die hat natürlich auch Vorteile. Ich will jetzt so ein bisschen Augenmerk darauf legen, in dieser Präsentation heute, wie denn das Verhalten der afrikanisierten Biene in Bezug auf Varroa ist. Also ich weiß, dass es für euch auch ein sehr wichtiges Thema ist und dass ihr viel mehr Probleme habt als wir. Deswegen möchte ich also gerne mit euch teilen, was denn eigentlich die Vorteile von unseren afrikanisierten Bienen sind. Ja, damit ihr erst noch mal einen kurzen Einblick in die Geschichte von Varroa habt. Das hier ist also eine Karte. Das ist laut wissenschaftlicher Literatur, allerdings bis 2014. Aber wie ihr seht, also das, was rot ist, das heißt, da ist überall Varroa präsent. Das kann heute vielleicht in den afrikanischen Ländern noch ein bisschen ausgeprägter sein, weil da gab es noch viele weiße Flecken. Das heißt, da gab es keine Daten. Das Einzige, was wir jetzt tatsächlich wissen, ist, dass Australien eben noch keine Varroa-Milbe hat. Die versuchen das so weit wie möglich zu verhindern. Ja, dann ist es so, also hier diese Region, das ist die Region, da gehen wir jetzt mal mit den nächsten Bildern hin, Indonesien. Das ist die Region, also wo Varroa zum ersten Mal gefunden wurde. Es war 1904, das war ein holländischer Biologe, Jakobsson, Eduard Jakobsson, der hat hier in Java, in einer Region, die heißt Semarang, eben diese Milbe gefunden bei den asiatischen Honigbienen. Die hießen damals noch Apis Indicus, jetzt heißen die Apis Cerana, und hat die beschrieben und eben nach Holland an das Institut in Utrecht geschickt. Und seitdem ist eben der Name Varroa, also das war ein römischer Feldherr, der allerdings auch in Garei betrieben hat, und Jakobssoni, das ist eben wegen dem Nachnamen von den Biologen. Und wenn man das Out dann noch dahinter sieht, das ist Audemanns, das ist der Biologe in Utrecht, der dann die Registrierung gemacht hat. Also das war dann also Varroa, Jakobssoni, Out. Also man ging ganz lange Zeit davon aus, dass es sich um eine Milbe handelt. Dem ist allerdings nicht so, was dann auch in den nächsten 50 Jahren eben deutlich wurde, weil man sah, dass die Formen doch sehr unterschiedlich waren, und auch das Verhalten der Milbe in Bezug auf den Wörth. Naja, und was wir jetzt hier sehen in der Abbildung 4, die ganzen schwarzen Punkte, das ist also Varroa, Jakobssoni bei Apis Serana. Und wir wissen also seit dem Jahre 2000 eben durch genetische Untersuchungen, dass Varroa, Jakobssoni eine Schwester hat, eine Schwestermilbe, die hat eine andere Genetik und die wurde Destruktor genannt, Varroa Destruktor, eben einfach aus dem Grunde, weil sie relativ viel Schaden angerichtet hat. Und die finden wir eben auch in der indischen Honigbiene, wie ihr an diesen bunten Punkten seht, da in Japan, Indien und in der ganzen Südküste, Südostasiens. Dann gehen wir mal zur Abbildung 5. Und da sind die Punkte einer Varroa-Infestation bei unserer Honigbiene Apis Melifera. Es gab nämlich den Austausch, also den Würzwechsel. Das wissen wir natürlich nicht ganz genau, wann das vonstatten ging, aber das ist erst dann passiert, als es mehr, und da ist eben der Mensch eben der Hauptfaktor oder auch der Hauptrisikofaktor, um das mal so zu sagen, weil Apis Melifera gab es ja gar nicht in der Zone, sondern das waren dann eben wirtschaftliche Interessen. Apis Melifera wurde dorthin verschifft oder verflogen und hat dann eben diesen Parasiten von Apis Cerana bekommen. Und diese ganzen roten Punkte, die wir da sehen, das ist eben Varroa-Destruktor. Und zwar geht jetzt die Genetik schon ein bisschen weiter und die können das dann mehr spezifizieren. Es gibt also verschiedene Varroa-Destruktor, auch verschiedene Varroa-Jakobsoni, also es ist nicht nur eine, sondern es gibt da andere Subspezien, das wird dann Haplotypen genannt. Und es gibt, also wir bleiben heute mal bei zwei, weil es sonst wirklich zu weitläufig wird. Es gibt den Haplotyp K, das ist der koreanische, und den Haplotyp J, das ist der japanische. Der Unterschied ist, dass der koreanische als virulenter bezeichnet wird. Und das liegt einfach daran, dass sie ein ganz ausgeprägtes Fortpflanzungsverhalten haben. Also die können sich sehr stark fortpflanzen, viel stärker als die japanische Variante. Und die ganzen roten Punkte, das sind leider dann auch die koreanische Variante. Es gibt da so ein paar blaue Pünktchen, das ist die japanische Variante. Und dann ist es noch interessant, in Papanoginea, das ist also alles Apis Melifera, da gibt es grüne Punkte. Und das ist Jakobsoni. Weil es, also mit den ganzen, mit den ganzen Entdeckungen ging man dann eigentlich davon aus, dass eben in Apis Melifera nur Varroa destruktor ist. Aber dann jetzt, seit dem Jahr 2008, wurde es auch nachgewiesen, dass es auch Jakobsoni gibt. Dann gibt es noch so einen kleinen schwarzen Punkt in den Philippinen. Das ist noch ein anderer Varroa, der noch nicht genauer identifiziert ist. So. Und hier haben wir eine Karte, eine Abbildung, die zeigt die weltweite Invasion. Und jetzt rede ich nur von Varroa destruktor, weil das eben, also soweit wir das heute wissen, eben auch die Milbe ist, die sich tatsächlich ausgebreitet hat. Dann haben wir hier mit dem Kreis da in Südostasien, das Ursprungsgebiet, wo dann der Wurzwechsel stattgefunden hat. Und dann war es natürlich, wer auch immer, wieder mal der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass das dann schön weiter in die Welt verbreitet wird. Und am Anfang wusste man das natürlich nicht. Also das, was man jetzt weiß, dass es eben verschiedene Haplotypen gibt. Aber das konnte dann zurückverfolgt werden. Es gibt also, dieser japanische Haplotyp ist, weil die Genetik in Japan gefunden wurde. Und von da aus ist die denn 1971 nach Paraguay eben wieder mal der Mensch, der Bienen verkauft und Bienen gekauft hat. Also meistens Bienenköniginnen, aber immer mit einem kleinen Bienenstaat. Und da ist dann natürlich auch die Milbe mitgegangen. Die andere Route des koreanischen Haplotypen, der auch öfters mal russisch genannt wird, weil er eben über Russland nach Europa kam. Der hat sich dann in den 80er Jahren, also 70er, 80er Jahren eben in Deutschland, also in Deutschland oder in Europa niedergelassen. Und von da aus ging der dann auch wieder schön weiter im Export in die Vereinigten Staaten. Da wurde der dann 87 beschrieben, dann in Mexiko 92 und schließlich in Nicaragua zum ersten Mal 96. Und jetzt kommen wir zur nächsten Abbildung. Da können wir nämlich dann sehen, welche Länder die K-Linie haben, also den koreanischen Typ. Und das sind fast alle, wo Imkerei ist. Es gibt sicherlich einige auf der Karte, die die Milbe haben, wo aber keine Untersuchungen gemacht worden sind. Das ist ja ganz schön, das kann man hier sogar sehen. Hier, da ist Nicaragua. Ich hatte da schon hingeschrieben, weil wir haben jetzt auch den Haplotyp, habe aber noch keine Antwort bekommen, damit hier eben auch mal so ein rosa Fleckchen gemacht wird, weil wir haben auch den koreanischen hier in Nicaragua. Auf der Abbildung 8 sehen wir, welche Länder die japanische Linie haben. Und da ist es noch interessant, alle, die die japanische Linie haben, haben auch die koreanische. Und das ist auch nochmal dann für die Wissenschaft interessant, weil es wohl auch so scheint, dass die koreanische Linie vom Varroa die japanische verdrängt, einfach weil sie stärker ist. Das ist dieses Naturgesetz, der sich besser fortpflanzen kann. Ja, der hat dann bessere Karten auch da zu überleben. Hier haben wir also jetzt die Auswirkungen, die Auswirkungen, was ist eigentlich die Wichtigkeit für die Imkerei und für die Landwirtschaft. Es gibt also direkte und indirekte Auswirkungen auf die Bienen, die dann dazu führen, dass die Bienengesundheit beeinträchtigt wird. Also die Bienen werden geschwächt, je nachdem, wo das stattfindet, gibt es eine erhöhte Sterblichkeit und es ist auch beschrieben worden, dass Varroa ein Faktor, ein wichtiger Faktor in dem Bienenvolk Kollaps ist. Diese Auswirkungen haben also direkt für die Imkerei diese Konsequenzen, dass sie eine reduzierte Produktivität haben und dass eben auch die Rentabilität der ganzen Produkte, also nicht nur Honig, sondern auch Pollen, der Royal Chili und auch Wachs, also alle Produkte, die man haben kann, wenn man eine Imkerei durchführt. Die haben eine starke Verminderung in der Produktivität und in der Rentabilität. Woran liegt es? Es gibt eine direkte Beziehung zwischen dem Befallsgrad und der Honigproduktion. Vor allem, was wir wissen, in europäischen und nordamerikanischen Ländern. Dann ist es auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass eben die Fortpflanzungsphase der Milbe direkt an der Fortpflanzungsphase der Bienenkolonie gebunden ist. Das liegt daran, dass die Milbe sich in der Zelle fortpflanzt und heranwächst zu einer Erwachsenenmilbe, die dann auch schon besamt ist und so sich dann als Erwachsene Milbe über die erwachsenen Bienen innerhalb vom Bienenstock und dann eben auch außerhalb vom Bienenstock weiter verbreiten können. Ich finde das immer ganz wichtig, Augenmerk darauf zu legen, dass es da nicht nur um die Imker geht, sondern dass es eben Auswirkungen auf die Landwirtschaft im Allgemeinen gibt. Es ist klar, wenn es eine erhöhte Sterblichkeit ist innerhalb der Bienenvölker, dann gibt es verminderte Bestäubung, es gibt weniger Produktion und es gibt eine Qualitätsminderung in den landwirtschaftlichen Produkten. Ich habe hier mal dann noch so ein Bild vom Deutschen Imkerbund, die haben das mal als Grafik dargestellt, dann haben die den Höchstwert der Produktion eben mit Bienen als 100% angegeben und wie das eigentlich aussieht, wenn die Bienen nicht ihre Bestäubungsarbeit machen. Es gibt andere Bestäuber wie andere Insekten, Schmetterlinge, es gibt auch Vögel und es gibt sogar auch Säugetiere, die bestäuben, auch die Fledermaus ist da sehr wichtig, aber die Biene ist schon Bestäubungsinsekt Nummer 1 und das ist ganz wichtig, also diese Daten zu kennen. So, jetzt gehen wir dann mal zu Varroa, jetzt habe ich euch so einen kleinen Einblick gegeben, ich meine, man kann über Varroa, da könnte ich stundenlang reden, aber das war jetzt so eine grobe Einteilung der Situation und jetzt werde ich mal ein bisschen zu Varroa in Nicaragua erzählen, da haben wir hier so ein sehr schönes elektronenmikroskopische Fotografie und da haben wir auch oben rechts die Fotografie von Dennis Anderson, das ist also der Anderson und Truman, die eben 2000 die Varroa Destruktur zum ersten Mal beschrieben haben, da sieht man also so eine Zelle, das ist so interessant, da sieht man diese dunkelbraune, das ist die erwachsene Varroa-Milbe, das ist also die Mutter sozusagen, die sich da reingesetzt hat und dann haben wir da also vier Nymphen und das runde, die runde, die runde Milbe hier, das ist die männliche Milbe, die männliche Milbe, die, die dann die Schwestern besahen so und danach stirbt, weil die hat also dieser, dieser, dieses ist unglaublich, die haben überhaupt keine Organe, um irgendwas zu essen, die sind also wirklich nur auf der Welt, um den Samen weiterzugeben. So, jetzt hier in Nicaragua haben wir eben auch das Landwirtschaftsministerium, die sind soweit ganz gut organisiert, es ist halt oftmals schwierig, die ganzen Arbeiten hier durchzuführen, einmal aus ökonomischer Sicht, also es fehlen oft Gelder, also es gibt im Moment für ganz Nicaragua einen verantwortlichen im ganzen Landwirtschaftsministerium, der dann überall hier hinfahren muss, also das sind also bis zu 400 Kilometer, die Ausdehnung, da könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, dass man da also diese ganzen Proben in der richtigen Zeit macht, deswegen haben die auch ganz gerne mit uns gearbeitet, ach, das habe ich gar nicht gesagt am Anfang, ich habe 20 Jahre in der Staatlichen Universität gearbeitet, in Leon, hier an der Pazifikküste und habe da auch die Bienenabteilung aufgebaut, wir haben dann ein Labor und arbeiten also auch direkt mit dem Landwirtschaftsministerium zusammen, die waren dann natürlich immer ganz froh, das haben wir also so ab 2004 gemacht, das wurde dann stetig weiter ausgebaut, die waren dann natürlich ganz froh vom Landwirtschaftsministerium, weil wir da einige Arbeit abgenommen haben und eben auch Daten weiterhelfen können. Also gut, also hier sehen wir jetzt also diese Punkte, das sind Bienenstände, wo Proben genommen werden jährlich und zwar sind das Grenzgebiete, also es gibt hier eine starke Migrationsbewegung wilder Bienen in ganz Zentralamerika, der Korridor, der liegt so also hier über die Pazifikküste, also von Costa Rica, das im Süden ist und Honduras, das im Norden ist und dann gibt es natürlich auch immer die Probenentnahmen in den Regionen, wo also sehr viel Imkerei betrieben wird, einfach wegen der Häufung der Bienenstände und dem möglichen Austausch von Krankheiten. So, dann haben wir jetzt hier die offiziellen Berichte in der Tabelle 3 und die Ergebnisse von unseren Studien, die wir also an der Universität gemacht haben. Das sind jetzt Jahre von 2009 bis 2015, von der Uni habe ich bis 2016 und was wir als allererstes mal sehen können, also IR, das ist die Infestationsrate, das heißt also die Prozentzahl, wie stark ein Bienenstock mit Varroa befallen ist und das wird über eine ganz einfache Formel ausgerechnet, also man nimmt eine Probe, das können bis zu 200, 300 Bienen sein und die werden dann in Alkohol aufbewahrt und dann im Labor werden die Bienen gezählt und werden die Varroa-Milben gezählt und dann geht das ganz einfach über die Formel, wie viel Varroa-Milben bei wie viel Bienen mal 100 und das ist dann also quasi die Prozentzahl und das ist also international festgelegt, dass das auf den ganzen Bienenstock übertragen werden kann und was wir also sehen, die Mittelwerte, guck mal, wir haben eigentlich einen relativ geringen Befall, wenn wir das als Mittelwert sehen, also international redet man von gering, wenn der Mittelwert bis 5 geht, kann man sich drüber streiten, aber das ist jetzt mal so die Norm und wir haben also sowohl von offizieller Seite als eben auch von den Studien, also da sind die Ergebnisse gar nicht so anders, haben wir einen Mittelwert, der also immer unter 5 liegt. Das ist die Standardabweichung, dass man so sieht, also wie sehr die Mittelwerte variieren und sie variieren. Das könnt ihr hier sehen in der Spalte, die Daten habe ich nicht für die staatliche Stelle, die habe ich nur von unseren Studien. Wir haben hier in allen Jahren Bienenstöcke, weil das N, das ist die Zahl der Bienenstöcke, das sind also nicht Bienenstände, das sind die Zahl der Bienenstöcke, die untersucht worden sind, haben wir Bienenstöcke, die überhaupt keine Varroa aufweisen. Und jetzt hier der Maximalwert, in allen Jahren haben wir Bienenstöcke, die extrem viel Varroa haben. Hier haben wir bis zu 26%, das müsst ihr euch mal vorstellen, hier 25% und alle anderen liegen auch über 10%. Das heißt also, wir können eigentlich sagen, dass der Jahresdurchschnitt im Bereich von 2,9 bis 4,2 liegt und wenn wir das statistisch auswerten, dann können wir sagen, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den Jahren gibt. Jetzt werden wir uns das Ganze mal angucken, wie das denn aussieht, wenn wir die Infestationsrate in den Bundesländern haben. Da habe ich das mal so aufgeteilt, wie wir das auch am Anfang gesehen haben. die nördliche Pazifikküste, das zentrale Bergland, das Hochland im Norden und die südliche Pazifikküste und wenn wir hier die Mittelwerte sehen, dann können wir sehen, dass im Hochland die Mittelwerte höher liegen. Das ist auch interessant, das habe ich in der Literatur gefunden, dass also auch in anderen Ländern in höheren Ablagen eine höhere Infestationsrate zu verzeichnen ist. Und auch hier haben wir das gleiche Bild mit den Wienstöckeln. Alle Bundesländer haben Wienstöckel, die überhaupt keinen Barroa-Befall haben. Und dann haben wir hier auch, das ist interessant, also hier in Leon haben wir eben diese maximale Zahl von 26%, allerdings haben wir einen geringen Mittelwert, der liegt unter drei. Dann könnt ihr euch also vorstellen, dass es sehr viele Wienstöckel gibt, gibt die überhaupt keine Barroa-Befall. In dem Moment, das ist auch wichtig, es gibt momentane Freiheit von Barroa und es gibt auf der anderen Seite einen momentan extrem hohen Befall. Ja, das ist wichtig, das so im Hinterkopf zu behalten, weil da können wir dann über Toleranz und Resistenz reden. Ja, also hier steht dann auch nochmal, einige können vorübergehend frei sein, einige Bienenstöcke, aber im Allgemeinen, das haben wir dann auch, das sieht man jetzt hier nicht, aber das ist aus einer anderen Statistik, im Allgemeinen sind mehr als 85% der Bienenstöcke befallen. Das kann natürlich wenig, Mittel oder wie das auch hier beschrieben wird, im letzten Punkt, da sieht man, dass also ein Viertel der Bienenstöcke eine Infestationsrate über 5% haben, also da geht es dann schon aus dem geringen Bereich raus und 6% haben einen extrem hohen Befall, das ist dann über 10%. Was wichtig ist, das habe ich hier schon mal dazu beschrieben, dass es die hohen Befallszahlen in allen Bundesländern gibt und die Kontrolle ist durch den Imker und vor allen Dingen durch die Biene selbst. Kommen wir später noch dazu. Gut, jetzt erstmal zu der Morphometrische Studie, das heißt also wie sehen unsere Varroa-Milben aus? Wir haben verschiedene Messungen gemacht, aber um die Morphotypen zu bestimmen, haben wir uns auf die Länge und die Breite des Milbenkörpers bezogen. Das ist also die sehr typische morphometrische Charakterisierung, dass der Körper breiter als lang ist. In unserem Fall ist es ein Verhältnis von 1,46 breite Länge und wir haben auch gesehen, dass wir relativ große Milben haben. Wenn wir das Verhältnis Länge Breite als Statistik anwenden, dann sieht man das in der Abbildung 11, da haben wir diese vier verschiedenen Typen und in der Abbildung 12 können wir sehen, wie diese vier verschiedenen Typen innerhalb von Nicaragua verteilt sind. Diese Atlantikküste liegt daran, dass die Programme sehr schwierig sind. Ich hätte das gerne gewollt, dass nur ein Stück von der Atlantikküste nur dieser Zipfel hier oben in gelb gewesen wäre, aber das machen die Programme nicht. Oder ich weiß nicht, wie ich es besser machen könnte. Aber das Wichtige ist, dass wir sehen, dass wir diesen Morphotyp 1, der in der Abbildung 11 mit diesen schwarzen Punkten ist, der ist überall vertreten. Dann gibt es die anderen Morphotypen, die mehr oder weniger in allen Bundesländern oder in manchen auch gar nicht vertreten sind. Warum ist das wichtig? Wenn man die Milbe so sieht, mit bloßem Auge, da kommt man nicht drauf, das ist unmöglich zu sehen. Aber das sind wissenschaftliche Studien, die uns einfach ein bisschen genauer zeigen wollen, wie denn eigentlich das Wirt- und Parasitenverhältnis ist und woran das liegt. Wir wissen, dass wir ganz viele Dinge noch überhaupt nicht wissen. Wie gesagt, ganz lange Zeit sind davon ausgegangen, dass es eine Varroamilbe gibt. Jetzt gibt es mindestens 18 verschiedene Haplotypen. und ist auch wichtig zu wissen, wie und welche Charaktereigenschaften dazu führen, von Parasitenseite aus, dass es eben diese starke Bienensterben oder eben als Faktor von starken Bienensterben gibt. So, in dem nächsten Bild sehen wir hier diese genetische Studie, die wir gemacht haben, um zu bestimmen, was wir für einen Haplotyp haben, den koreanischen oder den japanischen. Das ist jetzt alles Laborarbeit, da sehen wir ein PCR-Bild, das sind also diese Banden, die dann auftauchen und bei uns ist eben nur eine Bande aufgetaucht, die bei 376 und das heißt, dass also unsere Milben alle vom koreanischen Typ sind. Klar, das ist eine Studie, das muss man natürlich immer noch weiter untersuchen, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Wegzeiger. So, dann gehen wir jetzt mal dazu, was wir machen in der Behandlung und da ist Nicaragua ganz interessant, also die Produktion hier ist geregelt durch verschiedene Normen, die heißen hier N-Ton, das ist die Norma Technica Obligatoria Nicaraguense und das ist ein verbindlicher technischer Standard und zwar für die Herstellung, Verarbeitung und Kennzeichnung von ökologischen Landprodukten. Was heißt das? Das heißt, dass fast alle Imker hier eben ökologischen, organischen Bienenhonig produzieren. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass einige Mittel nicht angewendet werden dürfen und auch in der Krankheitsbehandlung. Bei Varroose werden hier nur diese Säuren sind erlaubt. Das ist die Nummer 5,3,11,2. Da steht dann, dass man hier Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure, Oxalsäure anwenden darf und von den ätherischen Ölen Menthol, Thymol, Eukalyptol oder Kampfer. Ich habe das in rot gemacht. Hier wird hauptsächlich Oxalsäure benutzt, weil die anderen Säuren sind einfach extrem schwierig zu handhaben in Temperaturen wie diesen. Da ist es oft vorgekommen, dass die Bienen 1,2,3 abgeflogen sind und auf Nimmer Wiedersehen. Bei der Oxalsäure geht das ein bisschen besser, was allerdings ist natürlich schwierig. Die Oxalsäure, da muss man wissen, wie man die anwendet. Das kann auch sehr gefährlich sein für den Menschen, wenn man das zubereitet. Wir haben das als Pulver, das könnt ihr hier sehen, unten links, das ist von Pronamiel, das ist der einzigste Geschäft, wo man das Vertrieb, wo man das kaufen kann. In Managua ist das und es gibt es auch nicht immer. Und dann habe ich noch interessante Informationen, weil es ist auch oft gut, bei Parasiten nicht immer das gleiche Mittel zu nehmen, sondern eben auch zu wechseln. Und wir haben hier eine Studie, das war so, es gab einen Imker, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe das ausprobiert. Und er hatte das erstmal ausprobiert bei den Kühen, und zwar gegen die Zecken. Und dann hat er gesagt, ich habe das auch bei meinen Bienen ausprobiert. Und es hat funktioniert. Und es handelt sich um die Pflanze, die heißt mit wissenschaftlichem Namen Guacia Amara, hier bekannt als Ombre Grande, also der große Mann, und in Deutschland bekannt als Bitterholz. Und ich habe da noch mal ein bisschen nachgeguckt, auch als Fliegenholz. Ich weiß nicht, das wäre noch mal interessant, da noch mal ein bisschen genauer hinzugucken. Das ist natürlich kein Baum, der in Europa wächst, sondern eben dieses Bitterholz, Guacia Amara, ist aus Südamerika, hauptsächlich Brasilien. Gibt es natürlich aber auch hier, wächst hier. Und das ist wichtig. Wenn wir über organische Produktion nachdenken, dann ist es eben auch wichtig, dass man nicht unbedingt immer Mittel aus der anderen Ecke von der Welt sich ankarren lässt. Das hat dann auch wieder wenig mit Organisch zu tun, sondern dass man eben Mittel nimmt, die vor der Haustür sind. Ich habe das dann gestern noch mal ein bisschen nachgeguckt. Das sind Quassinoide, die Wirkstoffe. Und es gibt in Deutschland Bäume, die diesen Stoff haben. Allerdings müsste man da noch mal nachgucken, das wäre interessant, wenn irgendjemand eine Untersuchung machen will. Der Götterbaum, der auf den Parks steht und der auch Nektar hat, den die Bienen für ihre Honigproduktion benutzen. Das ist wohl ein sehr herber Nektar. Dieser Baum wird aber auch extrem invasiv. Der kommt natürlich auch nicht aus Deutschland. Der wurde dann aus Japan China eingeschifft. Genau, nach Österreich war das, weil die haben da die Blätter auch für die Seidenspinner benutzt. Der Mensch schifft immer alles von Hühner hot und dann kriegt er das nachher nicht mal unter Kontrolle, wenn es dann invasiv ist. Aber dieser Götterbaum, das wäre noch mal interessant, wenn jemand da eine Studie machen will. Das ist also in den hölzernen Teilen, also Placinoides drin und die werden dann ausgekocht. Dieser Inker hatte mir das gesagt und wir haben eine Studie dazu gemacht mit verschiedenen Verdünnungslösungen und wir haben herausgefunden, dass eine 20-prozentige Lösung tatsächlich die wirksamste ist und nicht dazu führt, dass die Bienen auf und davon sind. Oder wie das eben auch bei anderen Lösungs oder bei der Mutterlösung passiert ist, dass die Bienenkönigin aufgehört hat, für zwei Wochen Eier zu legen. Also die 20-prozentige ist sicher und wirbt. Bevor ich dazu komme, wie wir das anwenden, will ich noch sagen, dass in dieser Norm, die wir haben, sagt wird, sowohl Pestizide und Insektizide sind, das sind Insektizide, das muss man sich mal vorstellen, man benutzt Insektizide, um die Varroamilbe zu töten bei einem Insekt, was die Biene ist, also da, das ist dann schon mal auch schwierig. Also da rede ich dann von Amitras und Kumafos, das sind also diese Mittel, die auch gegen, was weiß ich, gegen Zecken und so weiter eingesetzt werden. gibt es im Moment keine Registrierung hier in Nicaragua, also es gibt keines der Mittel, das man tatsächlich anwenden soll, darf, ja, die Behandlung, also als erstes mal hier diese Grafik unten recht, die ist eine jährliche Linie, die fängt am Oktober an, geht bis September, weil das ist so die Zeit, also im Oktober ist hier noch Vollregenzeit bis November, das ändert sich jetzt leider alles ein bisschen, aber sagen wir mal so Mitte, Mitte, Ende November hört der Regen auf und dann fängt hier die volle Blütpracht ab, das ist jetzt Pazifikküste, das ist auch anders in den verschiedenen Zonen, aber das ist jetzt für die Pazifikküste und dann könnt ihr sehen, also das ist also mehrere Monate, also ganz volle Brutkästen gibt, viele Bienen, großes Bienenvolk in den Monaten bis März und dann fängt es an, wieder runter zu gehen. Was hier normalerweise, wenn man das jetzt so über den Daumen peilt, das ist natürlich nicht 100%, aber über den Daumen gepeilt, machen die Imker das so, dass die im Oktober, also bevor die Brut anfängt und wenn sie wieder aufhört, also im Mai, eben Mittel einsetzen, um Varroa zu kontrollieren. Da können wir da mal oben gucken, dann habe ich hier die zwei Mittel, Oxalsäure und eben das Bitterholz, das wird direkt in die Zwischenräume, zwischen den Rahmen gespritzt. Das hier ist so eine, das haben wir oft gemacht, so mit den Imkern, da seht ihr mal, das ist also ein Haus, es ist kein Stall, was ihr da seht, das ist das Haus, wo die wohnen, da haben wir dann also eine Kiste, da sind natürlich keine Bienen drin, und so, wir haben dann das Mittel zubereitet, also sowohl Oxalsäure als eben auch das Bitterholz und dann habe ich den Imkern gezeigt, wie es am effektivsten ist, das also in die Zwischenräume reintröpfeln zu lassen, weil man muss da so ein bisschen ein Händchen dann für haben, dass also auch genau immer fünf Milliliter für einen Zwischenraum ist und dass es dann auch nicht so da drauf spritzt, sondern dass das eher so runter geträufelt wird. Und wie ihr das dann sehen könnt in dem Rezept, also wir haben dann da 100 Gramm Oxalsäure auf 1,5 Liter Wasser und Zucker, da steht jetzt Pfund, aber das ist amerikanische Pfund, das sind also nicht 500 Gramm, sondern sind weniger, auf jeden Fall ist es ganz wichtig, dass der Zucker in diese Lösung mit reingegeben wird, weil das hat zwei Gründe, einmal ist die ist sonst zu intensiv, das kann also zu Durchfällen führen bei Bienen und zum anderen hat der Zucker eben die Auswirkungen, dass das eine klebrige Flüssigkeit ist, die da auf die Bienen runterträufelt und dann fangen die Bienen sich natürlich direkt an zu putzen. Das hat den Vorteil, dass eben dann auch gleich die Milben damit runterfallen. Die selbe Anwendungsweise ist beim Bitterholz. Das hier sind alles kleine Mengen, wie ihr da zum Beispiel sehen könnt. Ihr seht das Haus, die haben natürlich keinen Kühlschrank, also oftmals haben die ja vielleicht so schon elektrisches Licht, aber oftmals haben sie eben keinen Kühlschrank und wenn sie einen Kühlschrank haben, dann können sie da nicht irgendwie so mehrere Liter von irgendeinem Bienenmittel reinstellen. Deswegen, und weil die Temperatur hier so hoch ist, muss man das immer frisch zubereiten, weil das nämlich sonst anfängt zu fermentieren, also gerade auch mit dem Zucker. Hier ist es dann also 100 Gramm von dem Bitterholz auf ein Liter Wasser. Das wird dann, also ich lasse das immer einweichen über Nacht und dann kann man das dann nachher nochmal aufkochen, damit das also richtig diese Stoffe noch aus dem Holz rauskommen. Und diese Lösung, das ist die Mutterlösung, die wird dann nochmal mit vier Liter Wasser verdünnt, also man hat dann so fünf, man hat dann fünf Liter Wasser. Und pro Liter gibt man immer den Zucker dazu. Diese Flüssigkeit, wenn das dann die 20-prozentige Lösung ist, da werden dann auch wieder fünf Milliliter in die Zwischenräume gegeben. Und wir machen das so, das muss viermal hintereinander angewandt werden, mit einem Abstand bis zu vier Tagen. Es gibt in der Literatur, wenn ihr das nachschaut, ganz verschiedene Anwendungsweisen, aber für unsere Regionen hier ist es wichtig. Warum? Weil eben die Varroamilbe in den Zellen mit dem Aufsprühen der Flüssigkeit eben nicht erreicht wird. Man muss dann also vier Tage warten, bis dann wieder neue Bienen geschlüpft sind, wo dann eben auch die neuen Varroamilben rauskommen. Und wenn man das also so macht, in einem Abstand von 16 Tagen, hat man also den Großteil der befallenen Zellen unter Kontrolle. Ja, dann kommen wir jetzt hier mal zu einer Zusammenfassung. Wenn also in der Epidemiologie, da guckt man halt immer, was sind die Faktoren, die zusammenspielen. und da gibt es also die Triade, das ist also der Parasit oder der Erreger, der Wirt und die Umwelt. Und neuerdings wurde es also für meine Begriffe auch sehr wichtig eigentlich erweitert, eben was ist der Faktor Mensch in der ganzen Geschichte, weil wir machen die Handhabung und das ist oftmals eben, dass die menschliche Handhabung eben ein großer Risikofaktor ist. Und das können wir hier auch sehen, also wir wissen hier in Nicaragua, wir haben den koreanischen Hablotypen, das ist also der virulentere, wir haben in allen Bienenständen, in ganz Nicaragua ist der Präsent, wir haben die Daten, wir wissen also, womit wir zu rechnen haben, wenn wir diesen Faktor sehen. Gehen wir nach rechts unten, da haben wir also den Wirt, das ist also die Honigbiene Apis mellifera und das ist alles A-Linie, das heißt also, wir haben einen starken Einschlag von Scutellata, also auch von Iberiensis, aber Scutellata ist also die afrikanische Rasse und das können wir eben sehen im Verhalten von Bienenstock, weil sie ein Resistenzverhalten haben, das heißt also, sie bekämpfen direkt den Milbenbefall durch Pflege- und Hygieneverhalten. Dann gehen wir nach links unten, da haben wir also die Umwelt, was wir hier in Nicaragua glücklicherweise haben, also das ist ein Agrarstaat, wir haben also sehr wenig Industrie, gut Agrarstaat, das wissen wir, das ist natürlich auch nicht immer optimal, weil hier also in den großen Produktionen von Erdnüssen und von Zuckerrohr werden natürlich auch viele chemische Mittel eingesetzt, das ist nicht optimal, aber an und für sich haben wir eine hohe Artenvielfalt in der Flora, können allerdings in den letzten Jahren sehen, dass es Beeinträchtigungen der Blüteperioden und des Nektarflusses durch den Klimawandel gibt, also das ist auch schon ersichtlich, wir haben dazu auch ein paar Studien gemacht, aber das wäre dann nochmal ein anderes Thema. Und dann gehen wir also da, wo dieser Pfeil ist, dieser Blitzpfeil, also das haben wir schon rausfinden können mit unseren Studien, da haben wir viele Daten erhoben, dass eben der Mensch an und für sich ein großer Risikofaktor ist, weil eben die guten Imkereipraktiken nicht angewendet werden, also wie man das zum Beispiel, also dieser Bienenstock, der spricht natürlich Bände, Sie haben das vielleicht auch in ein paar Fotos gesehen, also die Waben, die Brutwaben sind oftmals dunkel, also es ist kein frischer Wachs und oftmals wird die Fütterung, also wenn jetzt die Honigernte ist, dann wird oftmals viel zu viel Honig rausgenommen und dann eben nachher mit Zuckerwasser gefüttert, also ganz viele, also das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber alle diese normalerweise guten Imkereipraktiken werden in vielen Fällen nicht angewandt und dadurch, dass unsere Biene hier so gesund ist, liegt es einfach vor, dass wir keine großen Schäden haben. Also wir haben das also in vielen Schulungen mit den Imkern gemacht und es bessert sich mittlerweile, weil sie das auch verstehen, es ist mehr Arbeit, es ist natürlich schwierig, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr geht bei 35 Grad mit diesen, also eingepackt in den Schutzanzug und müsst dann da so zwei Stunden, man guckt natürlich, dass man es nicht so lange da bei den Bienenständen rumhantiert, aber es ist sehr viel und schwere Arbeit, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Ja, dann gibt es hier noch einen letzten Punkt, den ich mit euch da diskutieren will, dann vielleicht, das ist über die Resistenz und die Toleranz, das wird oftmals verwechselt, es ist eigentlich ganz einfach, Toleranz bedeutet, dass die Bienen mit dem Barroa-Befall leben können, sogar zeitweise mit hohen Befallszahlen, während die Resistenz, das bedeutet, dass die Bienen den Barroa-Befall aktiv bekämpfen, und zwar indem sie die Fortpflanzung der Milben stören oder sogar unterbinden. Und da haben wir eben das hygienische Verhalten, was wir da schon vorher gesehen haben, dass sie befallene Brut entdecken können und die dann, wenn es ein hundertprozentiges hygienisches Verhalten ist, entdecken, rausholen, ganz säubern und für die Königin wieder zur Eiablage fertig machen. Das sind also die beiden Mechanismen. Die Toleranz, die ist durch die Genetik der Biene bestimmt. Es gibt also Bienen, die sind weniger anfällig, bis hin, dass sie tatsächlich immun sind. Also hier reden wir natürlich nicht von Barroa, sondern auch von anderen Krankheiten. Das kennen wir auch von Viruserkrankungen. Und die Resistenz, das ist also ein Verhalten. Die Resistenz ist ein aktives Verhalten, was allerdings auch genetisch übertragen wird. Das sind also die beiden Mechanismen und da wirkt natürlich die Umwelt und auch die Ernährung positiv oder negativ darauf ein, sowie eben die Charakteristiken der Varroa-Milbe, also welche Fruchtbarkeit, Virulenz und wenn sie dann auch Überträger sind, welche Virenlast sie dann mitbringen. Da haben wir dann zwei Möglichkeiten. Wir können das als natürliche Selektion überlassen. Das ist das, was hier in Nicaragua passiert. Es gibt also so gut wie keine Zuchtprogramme. Es gab immer mal wieder Ansätze, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Das heißt, also die Biene hier hat deswegen eine hohe genetische Diversität, was auch dazu führt, dass sie eben ein hohes Toleranzpotenzial hat, weil einfach die, die weniger tolerant sind, eben natürlich aussortiert werden. Oder aber man kann eben eine Selektion durch Züchtung machen. Das heißt also, dass eben nach den Merkmalen, die man gerne haben möchte, züchtet. Ja, jetzt kommen wir auch schon fast zum Ende. Da haben wir dann noch ein Diapositiv gemacht, also zu den möglichen Virenbefall. Also das ist deswegen wichtig, weil ich habe euch gesagt, dass wir relativ wenig Ausfälle haben und das liegt wohl auch daran, dass wir zum Glück bis jetzt relativ wenig Viren haben. Es gibt mittlerweile Verdachtsmomente, aber es gibt keine offiziellen Berichte und keine Studien darüber. Es gab mal eine Studie da in 96, also da wurde aber von anonymer Stelle, ich habe mir den Bericht durchgelesen, also da steht nicht, wer das gemacht hat und wo das gemacht wurde, aber dass es hier wohl einen Nachweis von den Viren der akuten Bienenlähmung gibt, bei vielen toten Erwachsenen Viren und bei erkrankter Wut, aber das war 96, da ist die Varora-Milbe gerade erst angekommen. Das sind einfach noch Daten, die wichtig sind, um zu verstehen, dass Varora hier in Nicaragua nicht so einen großen Einschlag hat. Ja, und dann danke ich erstmal für euer Interesse und stehe euch gerne zur Verfügung. Christiane, vielen Dank erstmal für deinen tollen Vortrag. Ich hätte mal an dich eine Frage, wie sind denn die Imker organisiert zu Nicaragua? die überhaupt nicht organisiert? Wurschteln die alle vor sich alleine hin? Oder wie ist das? Die Imker hatten bis 2008, 2010, also sagen wir mal, ja, das ist vor ungefähr 10, 12, 15 Jahren, keine richtige Organisationsstruktur. Es gab so verschiedene Organisationen auf kleiner Ebene. Sie hatten auch überhaupt keine Lobby in der Politik, also auch im Landwirtschaftsministerium. also das wurde einfach, ja, das war nicht interessant, also es ging ja immer nur um Kühe oder um Hühner, aber Bieden hatten keine Lobby. Und das hat sich dann geändert, das war ganz interessant, also Swiss Contact, die Organisation Swiss Contact, die hat also hier in Zentralamerika sowohl zur Imkerei als auch zu anderen landwirtschaftlichen Branchen also viel dazu beigetragen, dass sich die Imkerei besser entwickeln konnte. Wie haben sie das gemacht? Sie haben das gemacht, indem Schulungen organisiert wurden, Materialien zum Teil gespendet oder zu günstigen Preisen verkauft wurden und eben die Organisationsstruktur aufgebaut wurde. Es gibt einen internationalen Imkerverband, den gab es auch schon vorher, aber er funktionierte nicht. Jetzt gibt es diesen Verband und die haben auch einen Sitz im Gremium vom Landwirtschaftsministerium und es gab also die Jahre, wo Swiss Contact hier war, wurde sehr viel erreicht. Das ist jetzt so, aber irgendwann laufen die Programme ja aus, das kennen wir ja, aber ich würde sagen, also durch diese Impulse, da hatten wir dann auch als Uni einen ganz großen Vorteil, also es gab eine Ausschreibung weil wir haben dann auch so einen Poststudium Kurs gehabt, also wo dann Leute ihre Kenntnisse vertiefen konnten und das haben wir dann an der Unanleon, wo ich gearbeitet habe, haben wir das eingeführt und so wurden dann, weil wir haben anfangs ja nur mit Bienen Gesundheit gearbeitet, aber das kann man nicht, man kann nicht mit Bienen Gesundheit arbeiten, wenn man nicht mehr von der Imkerei weiß und auch von der Umwelt, weil dann ist das wieder mal nur so ein Punkt und man erkennt nicht, wo das wirkliche Problem ist und das wurde dann von Uniebene weiter ins Land gebracht, das heißt also die Leute, die Uniebene die Schulung bekommen haben, sind dann ins Land gegangen und haben dann mit den Imkern über diese Themen gearbeitet und da war ein Thema eben auch die Organisation und vor allen Dingen was auch wichtig ist die Registrierung aufschreiben was passiert wann gibt es Probleme was sind die Zusammenhänge das ist eben ganz wichtig um Einblick darauf zu haben und auch Maßnahmen ergreifen zu können Ist eure Uni die einzige die sich damit beschäftigt oder gibt es da noch mehr Leute die sich damit beschäftigen Ja das ist also das wird dann wo es zuerst überhaupt nicht funktioniert wurde es dann zum richtigen Boom was natürlich auch sehr gut ist also es sind dann auch weitere Unis die sich das zur Aufgabe gemacht haben die Una in Managua in Matagalpa in Esteli und in Rivas mittlerweile fast alle staatlichen Unis haben das im Programm drin also wir haben also ich bin Tierarztin wir haben das also im Lehrplan jetzt drin es ist optativ also es ist kein Pflichtfach aber es ist optativ und es ist immer sehr gut besucht also die Studenten die haben da so viel Interesse dran das ist ja schon fast weiter als in Deutschland das ist in Deutschland nicht unbedingt immer im Lehrplan also bei der Rundberg Universität ist es im Lehrplan aber sonst nicht aber vielleicht für die Imker ist ja auch noch ganz interessant welches Beutensystem wird in der Regel verwendet oder welches Rebchen Maß Ja also wir arbeiten hier mit Langstrot und Jumbo also Langstrot das sind die Kästen die großen Kästen und Jumbo haben die gleichen Maße in der Breite und Tiefe allerdings in der Höhe sind sie nur halb so hoch das ist hier ganz günstig weil wenn der Nektar so richtig fließt dann kann man öfters ernten wenn man nur diese halb hohen Jugendrahmen hat dann geht das besser und es ist auch nicht so schwer es gibt auch viele es gibt viele Jugendliche die das mittlerweile machen viele Frauen also das ist nicht nur jetzt sagen wir mal ein Männerberuf also ich merke immer mehr dass das ganz ähnlich wie in Deutschland ist im Grunde genommen ist das hauptsächlich ein Hobby wo man eigentlich nie davon leben kann was eher ein Nebenerwerb ist es gibt ein paar Berufsimker und scheinbar scheint es ja auch ein Trend zu sein und in Deutschland ist das auch so in den letzten zehn Jahren immer mehr Frauen dazu gekommen also dass die Imkerei immer weiblicher wird gibt es auch so einen Trend dieser Stadtimker was es in Amerika gibt in Deutschland und in Europa oder nicht das gibt es natürlich nicht und das gibt es deswegen nicht weil wir die afrikanisierte Biene haben und wenn du die hier in der Stadt hast dann hast du gleich so es gibt hier zum Beispiel die Auflage den Bienenstand der muss also mindestens 200 Meter von der nächsten bei Hausung entfernt sein also bei Hausung oder auch was weiß ich also wenn es in der Finca ist also da wo Ställe sind weiter mindestens und am besten immer noch mit einem Grüngürstel der also Bäume und Büsche hat damit es also so eine natürliche Barriere ist das ist wichtig also es gibt hier also wir haben öfters das Ding das wäre gerufen worden weil ein Bienenschwarm sich ins Haus ausgesetzt hat und ja meistens ist das dann so dass dann die Feuerwehr kommt und dann wird dann da mit Wasser und Seife das tut einem natürlich dann als Imker ganz schön im Herz weh und wir versuchen natürlich das immer so zu handhaben dass diese Wildschwärme dann aus dem Hausdach entnommen werden können was allerdings auch nicht immer funktioniert und dann gibt natürlich dann auch die Sicherheit vor also wer eh dann da Leute sterben müssen dann die Bienen sterben das ist klar also Menschenleben geht immer vor Tierleben ja also ich hatte gelesen dass 2014 der kleine Beutenkäfer eingeschleppt worden ist in Nicaragua hatte auch schon gelesen dass die afrikanisierte Biene damit zurechtkommt sprich sich zerwehrsetzt ist dem so ja absolut also der kleine Beutenkäfer der ist hier seit Ende 2014 zum ersten Mal gesichtet worden ist jetzt in vielen Bienenständen präsent das Interessante ist also wir können öfters haben wir sogar einen hohen Befall von bis zu 60 Käfern also die dann rausgelesen wurden aus dem Bienenstock allerdings haben wir fast nie Larven sehen können was natürlich äußerst interessant ist also das heißt also die vermehren sich aber die Biene lässt es nicht zu dass also in ihren Waben da eine hohe Präsenz von Käferlarven ist also die hat das absolut unter Kontrolle und das ist dann auch wieder parallel zu den Erkenntnissen wie wir über die Bienen in Südafrika haben da kommt der Käfer ja her und da ist es ja wie mit der Varroa-Milbe aus Indonesien wo die ja lebt mit der asiatischen Honigbiene die afrikanische Honigbiene lebt mit dem Käfer da gibt es ganz interessante Bilder und Videos also die sperren den Käfer sozusagen ein also das ist richtig wie so ein Gefängnis was die bauen aber der Käfer der hat auch seine Art gelernt in dem Gefängnis zu überlegen weil der die Technik der Trocholaxie kennt das heißt also die Bienen sperren den Käfer ein und füttern ihn also das haben wir hier natürlich also das ist einmalige Geschichten die man da sehen kann also aber was ich dir sagen kann ist das ist absolut richtig wir haben den Käfer und er ist kein Problem für uns das heißt es müssen auch keine chemischen Stoffe eingesetzt werden um den in den Fallen abzudöten nein was hier gemacht wird wenn er auftaucht in den Bienenstand dann wird also um den Bienenstock wo der Käfer ist die Erde in einem Quadratmeter aufgegraben und mit Kalk besäuert dass dann die eventuelle Fortpflanzungsstadium der Puppe von dem Käfer die ist ja in der Erde unterhalb vom Bienenstock das heißt also dann wird dieser Zyklus da unterbrochen und im Bienenstock selber manchmal machen die dann auch auf die auf die Ränder Kalk aber es wird kaum irgendein anderes Mittel eingesetzt Christiane du siehst das gar nicht so als große Gefahr diesen Beutenkäfer also in Europa hat man ja immer Angst und dann reagiert man panisch in Spanien hat man Bienenvölker vernichtet und eingegraben in Süditalien war er ja schon und hat es angeblich gestoppt was sagst du wie sollte man da reagieren also was ich beobachtet habe was ich beobachtet habe ist folgendes in Nordamerika da wo es ja wirklich zu Millionen Verlusten gekommen ist liegt es hauptsächlich daran dass die Waben oder Kästen mit den vollen Honig Waben abgeholt werden die werden in Lager gestellt bis also bis sie halt also alle diese abernten wollen da haben damit das so ein Prozess ist und das ist der Knackpunkt das ist der Knackpunkt weil wenn die Biene nicht mehr auf den Waben drauf ist kann die Biene die Larven nicht bekämpfen und das ist da wo dann eben die Larve den fürchterlichen Garaus in den Waben macht also die entwickelt sich da zwar vielleicht nicht weiter kann nicht zum Huppenstadium kommen aber zumindest die Eier weil das sind ja Unmengen von Eiern die der Käfer in die Wabe lädt die schlüpfen und machen den Garaus und den ganzen Verlust von dem Honig also das ist das haben wir hier nicht warum weil wir hier nach dem Rausholen der Bienen Waben kommen die Schleuder die werden hier nirgendwo gelagert das ist also ein Vorteil also ich denke das ist zum Beispiel wichtig für die Imker dass ihr ich weiß nicht wie das in Deutschland gehandhabt wird ob die längere Zeit man kann ja Honig in den Waben ewig lange lagern das macht dem Honig ja nichts aber dann ist diese Wabe ist nicht mehr beschützt diese Wabe ist nicht mehr beschützt von der Biene selber ich weiß nicht wie das Pflege und Hygieneverhalten der Biene der europäischen Biene ist also ob die das auch so gut schafft wie diese Afrikanisierte hier eben die Waben zu säubern das heißt die Eier und die Larben rauszuholen wenn das der Fall ist dann braucht man sich keine Sorgen zu machen also es geht um das hygienische Verhalten das muss einfach mal da sein und das sollte ein Hauptpunkt bei der Zuchtauswahl sein das hygienische Verhalten Australien habe ich eigentlich nicht so gute Berichte gehört da waren noch schlimme Bilder mit dabei insofern bin ich nach wie vor was den kleinen Beutenkäfer betrifft sehr pessimistisch sollte er hier nach Deutschland eingeschleppt werden ok also ich hoffe es für euch dass das kontrolliert wird also wer den einschleppt ist ja klar das ist der Mensch und da ist es ganz wichtig ihr wissen wie der Käfer eigentlich nach Amerika kam der kam nicht mit den Bienen der kleine Beutenkäfer das ist ein Coleoptero der nämlich gerne von fermentierenden Früchten lebt das heißt also da wo es fermentierende Früchte gibt da kannst du den finden und wenn der Beutenkäfer dann noch die Möglichkeit hat dann irgendwie dann auch noch in einen Bienenstock reinzukommen damit er seine Ernährung dann noch verbessert dann macht er das der Beutenkäfer der ist hier mit Containerschiffen mit Früchten gekommen so ist der nach Nordamerika gekommen natürlich ist es auch so dass über Imkermaterialien also Austausch was weiß ich von Bienenpaketen oder so dass da der Beutenkäfer auch mit verbreitet werden kann aber es ist ganz wichtig dass ihr wisst dass auch selbst wenn ihr keine Bienenpakete kauft dass es durchaus möglich ist dass über Fruchtcontainer der Käfer nach Europa kommen kann ich glaube so kam der auch nach Portugal es gab ich glaube das war auch 2014 wurde da aber das wurde dann relativ schnell gesichtet und er hatte dann keine Möglichkeit sich bis zu den Infern auszubreiten wenn eure Bienen sehr schwärmen welche Auswirkungen hatten das auf den Honigertrag und so weiter wir versuchen ja immer möglich das Schwärmen weitgehend zu verhindern weil man dann in der Saison kaum noch Honig ernten kann wie wirkt sich das bei euch auf ja also wenn die Bienen anfangen zu schwärmen das ist also überhaupt nicht gut weil die dann meistens auf und davon sind also oftmals auch das sind dann nicht die gleichen Völker die dann wiederkommen sondern die die schwärmen die das ist das ist so drin in den Genen die wollen dann einfach weiterziehen die haben dann die Nase voll da und wollen dann nicht bleiben und suchen sich eine andere also das Schwärmverhalten das ist ganz wichtig dass man den Bienen hier die richtigen Konditionen gibt dass sie eben nicht schwärmen und das haben zum Beispiel viele Imker hier auch anfangs nicht gut verstanden dass wenn zum Beispiel der Bienenstock zu voll mit Honig ist wenn der also richtig voll mit Honig ist und die dann keinen neuen Kasten mehr drauf machen dann gehen die Bienen weg die verlassen dann den Kasten und obwohl sie auch noch weiter produzieren könnten die verschwinden dann einfach weil er zu voll ist mit Honig also das gefällt ihnen dann auch nicht dann haben die keinen Platz mehr das ist ganz wichtig dass der Imker weiß welche Konditionen er den Bienen geben muss wenn die Konditionen gut sind das heißt auch wenn die Bienen nicht zu oft gestört werden und so weiter und wenn noch Nektar da ist und Wasser dann bleibt die Biene dann hat sie keinen Grund zu schwärmen und wenn sie schwärmt dann wirkt sich das natürlich negativ auf die Produktionsmenge aus gut danke ich habe noch eine Frage wenn sie wenn die Biene selber sich so um die Varroa kümmert dass es vielleicht nicht kritisch wird warum wird denn überhaupt behandelt oder behandeln alle oder gibt es große Teile die nicht behandeln wie wie läuft das ab also es gibt große Teile die nicht behandeln weil die auch vielleicht gar nicht wissen wie hoch der Befall ist weil auch nicht überall getestet wird manche sehen dann dass da Varroa Milben sind aber ja das ist also meistens nehmen die sich auch nicht die Zeit um zu gucken ob das jetzt wirklich ganz viele sind aber wenn sie die sehen okay aber wenn das Bienenvolk stark genug ist und wenn die Eiablage gut aussieht von der von der Königin dann machen die sich natürlich auch keine weiteren Gedanken die die das dann anwenden ist wenn sie sehen dass die ja dass vielleicht eben das Volk nicht genug Bienen hat dass die Produktion hinterher hinkt also dann überlegen sie schon mal ja woran das liegen kann und dann lassen sie halt eine Probenentnahme machen und dann sie oder also was ich halt bei den Schulungen auch immer gemacht habe ich habe das den Imkern immer gezeigt wie sie selber bestimmen können was sie für eine Befallszahl haben weil das ist ja sehr einfach dazu braucht man ja kein Labor und wie ich das am Anfang schon erwähnt habe es gibt ja eine Zeit lang waren es zwei Personen aber jetzt ist es wieder eine eine einzige Person für das ganze Land was da diese Proben Entnahme machen kann also da kommt man ja nicht weit und deswegen ist es eben wichtig dass die Imker wissen wie sie das selber machen können und das machen viele jetzt auch selber und wenn sie dann sehen da ist ja viel zu viel und wenn sie dann nicht gerade in der Honig Produktionsphase sind dann sagen sie okay dann werde ich jetzt mal einfach meinen Bienchen helfen und da mal entweder Oxalsäure oder Bitterholz Lösungen geben damit die Befallsrate runtergeht ich finde es eigentlich auch richtig dass man das vorher immer bestimmt weil es gibt oftmals diese Vorgehensweise das wird also auch in der Veterinärmedizin auch mit Kühen oder Hunden oder Katzen oder was weiß ich gemacht das immer einfach immer was gegeben wird was ich gar nicht gut finde ich finde so eine prophylaktische Gabe von Mitteln nicht gut weil es eben dann auch dazu kommen kann dass die Erreger oder in dem Fall der Parasit dann später da gar nicht mehr drauf reagieren also das ist zum Glück bis jetzt noch nicht so stark vorgekommen aber was noch nicht ist das kann ja noch kommen deswegen ist es einfach wichtig also bevor man eine therapeutische Behandlung macht also eben dass es keine Präventiv Behandlung ist sondern dass man einfach bestimmt okay jetzt ist es Zeit also es ist wirklich wichtig dass wir hier ein Mittel geben weil jedes Mittel auch wenn es organisch ist es immer eine Invasion in das Leben vom Bienenstock ich habe noch eine Frage was für Sorten Honig gemacht ihr also es gibt es nur bedingt weil eigentlich der Honig hier immer poly floral ist sagt man das so auf deutsch also naja zumindest verstehen wir es okay ja tut mir leid manchmal weiß ich die deutschen Begriffe gar nicht also es gibt eine Tendenz mit einer bestimmten Blütenrichtung je nachdem wo die Bienenstände sind aber es ist nie monofloral also es gibt nicht so wie was weiß ich Kleehonig oder Waldhonig wobei der Waldhonig ja auch verschiedene Blüten hat bislang ist es noch nicht Thema aber das ist auch interessant also wir haben dann also auch beim Pollen man kann hier Pollen kaufen der kommt glaube ich aus China also wobei ich mich dann auch frage ob das besser ist vielleicht auch nicht zu kaufen ja und dieser Pollen der ist einheitlich so dunkles gelb wenn du Pollen hier hast von einem Bienenstock dann hast du alle Farben das ist so schön von ganz hell über gelb orange rot bis zu braun weil du hast den Pollen von so vielen verschiedenen Pflanzen und so ist auch der Honig Honig es gibt dann immer eine Tendenz klar wenn der Nektar Fluss der ist dann bei einer Pflanze die heißt die gelbe Blüte Flora Maria das ist Baltimore Recta was eigentlich für den Rest für die Landwirtschaft ist ein Unkraut und da produzieren hier die Imker produzieren damit also unglaubliche Mengen Honig und das gibt es nur mit einigen anderen Pflanzen die dann dominieren sind aber das reicht nicht aus um zu sagen das ist jetzt eine Produktion die den Titel so und so haben könnte aber ihr habt im Gegensatz zu uns das ganze Jahr Tracht also es gibt natürlich die Phasen wo wenig Blüte ist und dann kommt es auch drauf an wo dann die Stände sind deswegen machen ja viele Transfumance also die Monate bei starkem Regen die Monate bei starkem Regen da haben wir natürlich kaum Nektar das ist dann also da kann man also von die zwei Monate die sehr starken Regen haben das ist also hier an der Pazifik Pazifik Küste September und Oktober da gibt es kaum Nektar da ist also da werden auch meistens die Stöcke reduziert dann ist da nun die Brutkiste sagt man das Brutraum genau da ist dann nur der Brutraum weil es nämlich hier extrem ist wenn man da schon mal leere Kasten oben drauf hat da nisten sich dann ratzfatz also ganz andere Insekten ein und dann hat man auch dann diese Motte da einnistet und das gibt dann natürlich auch immer verheerende Folgen also deswegen wird das dann auf den Brutraum reduziert bis dann wieder die Zeit ist und das wird dann meistens eben mit Zuckerwasser dann induziert dass die Königin dann einfach anfängt mehr Eier zu legen und dass dann das Bienenvolk darauf vorbereitet wird dass eine kommende Blüteperiode vor der Tür steht Hier war eine Frage in Chile gibt es Ulm Honig gibt es das in Nicaragua auch Was für Honig Ulmen von Ulmen Honig Ne Ulmen gibt es hier nicht Chile ist ja ein ganz anderes Klima also ich weiß nicht also Ulmen sind mir jetzt hier eigentlich nicht so bekannt Ne Und wer kauft so den Honig kann man das so sagen gibt es ja das ist zum Glück in den letzten Jahren hat die Bevölkerung angefangen mehr Honig zu kaufen eigentlich ist das fast alles verkauft worden in den Export die Leute die die essen hier lieber Zucker um das zu genüge aber jetzt also es gibt mittlerweile also eine befreundete Imkerin von mir die hat ihren Betrieb so aufgebaut die macht keinen Export also die macht den ganzen Verkauf im Land aber auch abgefüllt also jetzt abgefüllt und registriert weil hier auf den Markt kann man auch gehen dann haben die verkaufen Honig in leeren Cola Flaschen also ohne Etikette also das wird viel auch so gemacht aber da hat also eben auch was ich gemeint hatte vorhin mit Swiss Contact die haben da wirklich gute Arbeit geleistet dass da eben auch mehr Wert drauf gelegt wird dass das die nicht einwandfrei verpackt wird und so fort also jetzt mittlerweile kauft die Bevölkerung schon aber der Großteil des Honigs geht immer noch in den Export ich habe noch eine Frage zu dem Honig selber das ist hier bei uns kristallisiert der der meiste Honig bis auf Akazie bleibt der bei euch flüssig oder kristallisiert der auch wie ist solange du den nicht in den Kühlschrank stellst bleibt er flüssig also dass hier die Temperatur also wenn der Honig hier bei Raumtemperatur würde dann wäre das kein Honig so dann ist da was weiß ich nicht alles drin also wenn du den in den also das machen wir manchmal wenn wir so cremigen Honig herstellen wollen dann stellen wir den so eine kleine Portion in den Kühlschrank dass der dann so kristallisiert und dann machen wir das dann mit anderem Honig wird das dann aufgeschlagen und dann hat man cremigen Honig aber der bleibt dann auch nur so cremig solange wir den wieder zurück in den Kühlschrank stellen weil sonst wird er gleich wieder flüssig wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt Christiane nochmal vielen Dank ganz toller Impuls und wie gesagt wir haben jetzt gerade gemerkt wir können viel aus Nicaragua lernen also ich wollte auch bloß ganz vielen Dank sagen dass du dir Zeit genommen hast jetzt wird langsam wärmer bei euch ja jetzt haben wir mittlerweile 33 grad also wir hatten eben bei 26 angefangen jetzt sind es schon 33 gut also ganz vielen Dank auf jeden Fall dass du Zeit genommen hast wir sind alle echt begeistert und wie gesagt dieser Austausch der bringt auch total viel Impulse auch zu uns